Oh, ein wilder Ritz! Und das geht schon deutlich anders vorwärts als gerade bei den Standards. Bestes Eigenbau! Jetzt muss es klappen, Jamie Magic! Oh, Full Bull! Ah, der Ausrede! 79,49! Full Bull hat er auf jeden Fall! Er war hier ganz klar, ganz knapp links an der Bahnkante. Aber er war noch drin. Was macht er heute hier in Fummerbreitendal? Hartmut Henkel und The Gambler! Oh, da ist was kaputt gegangen. Im besten Fall nur der Gang ausgesprungen. Das war auch jetzt so weit, als dass er die... ... ...